Wir sind Dominik Baumann und Merlin Veitdott. Mit unserer Masterarbeit haben wir das Reallabor auf Zanders ins Leben gerufen. Ein Instrument partizipativer Stadtentwicklung der Zukunft. Unsere Arbeit trägt den Titel Vom Kalandersaal der Papierfabrik Zanders zum Reallabor auf Zanders. Strategien zur Umsetzung in mehreren Ausbauschritten. Und sie ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem Zandersareal in Bergisch Gladbach und dem hier angeordneten Kalandersaalgebäude aus dem Jahr 1888. Das Zandersareal ist eine 37 Hektar große Fläche der ehemaligen Papierfabrik Zanders im Herzen von Bergisch Gladbach. Nach Insolvenz der Firma ging das Gelände in die Hände der Stadt über und soll nun zu einem Stadtquartier transformiert werden. Mit unserer Arbeit widmen wir uns dem ersten Schritt vom introvertierten Industriestandort zum öffentlichen Lebensraum. Das gesamte Projekt ist in vier bewusst gesetzte Entwicklungsschritte unterteilt. Denn die Konversion einer solch großen Fläche erfolgt am besten schrittweise und organisch. In diesen vier Entwicklungsschritten werden die städtebauliche Ebene, die Gebäudeebene und die Nutzungsebene bearbeitet und entwurflich ausformuliert. Wir sind der Überzeugung, dass eine zukunftsgewandte und funktionierende Stadtentwicklung aus dem Inneren der Gesellschaft kommen muss. Stichwort Partizipation. Hierzu ist es wichtig, Bereiche des Geländes frühzeitig zu aktivieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um eine Beteiligung der Gesellschaft zu ermöglichen. Aus diesen Überzeugungen entsteht die Pioniernutzung für das Areal, das Reallabor auf Zanders. Ein Partizipationszentrum zum Ausprobieren, Forschen und Weiterentwickeln. In welchem aus Ideen Konzepte werden. Konzepte des öffentlichen Lebens aller Art, die im neuen Zanders Areal Realität werden können. Das große Finale und Herzstück unserer Arbeit ist der Schritt von der Theorie in die Praxis. Im Sommer 2023 haben wir die Tore des Reallabor auf Zanders geöffnet. Denn was bringt es von Partizipation zu reden, ohne sie erlebbar zu machen? Im Erdgeschoss des Kalandersaals haben wir ein 1 zu 1 Modell gebaut und das Reallabor in vier Workshop-Terminen erfolgreich getestet. Der gesamte Prozess und die daraus entstandenen Erkenntnisse sind in einem Buch zusammengefügt. Wir laden Sie herzlich ein, einen Blick hineinzuwerfen. Mit unserem Video geben wir Ihnen einen Einblick in den Höhepunkt unserer Arbeit. Die Stimmung und die Atmosphäre vor Ort waren einzigartig und haben uns in jedem der Workshop-Termine aufs Neue beeindruckt. Viel Spaß beim Schauen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für's Zuschauen.